Hier ist die 893. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist Marco. Ich freue mich, mit euch in diesem Samstag zu starten. Und wie immer geht's los mit dem Recken und Strecke. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt uns. Streckt alles so weit weg vom Körper, wie es da geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier folgt noch ein kurzer Hinweis für alle Eltern. Es gibt Ab ins Bett, auch ohne Werbung. Und zwar bei Ab ins Bett Premium. Das erhaltet ihr bei Spotify und bei Apple Podcast. Sucht da einfach nach Ab ins Bett Premium. Jetzt kommt aber die 893. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend. Heute ist der 4. Februar. Bea und die neugierige Möwe. Bea ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Samstag. Es kann sogar der heutige Samstag sein. Bea ist noch etwas kleiner. Sie liebt es, an den Strand zu gehen und dort zu spielen. Die Muscheln zu sammeln oder auch Steine. Oder manchmal einfach auch nur die Wellen beobachten. Eines Tages begegnet sie einer neugierigen Möwe, die sie auf einer Abenteuerreise mitnimmt. Bea und die Möwe, die fliegen zusammen über die Küste. Und dort oben ist es so herrlich. Sie entdecken viele wunderschöne Orte. Im Meer sehen sie sogar die Delfine springen und die Wale schwimmen. Und als sie immer weiter fliegen und weiter fliegen, landen sie endlich auf einer Insel. Und diese Insel ist voller exotischer Tiere. Bea ist schwer begeistert von dem, was sie da sieht. Diese Vielfalt. Diese vielen verschiedenen Tiere und Pflanzen. Sowas Schönes hat sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Am liebsten würde sie die ganze Zeit hier bleiben und alles ganz genau entdecken. Doch so viel Zeit ist nicht. Die Möwe, die sie auf die Abenteuerreise mitgenommen hat, die erinnert sie nun daran, dass es irgendwann auch Zeit ist, nach Hause zu fliegen. Und das findet Bea aber gar nicht gut. Wieso soll denn die Reise schon vorbei sein? Sagt Bea. Die Möwe verspricht ihr aber, dass sie immer wieder zurückkehren werde. Bea erwacht auf einmal. Und sie merkt, dass alles nur ein Traum war. Und jetzt ist sie enttäuscht, dass die Abenteuerreise nicht wirklich passiert ist. Sie bekommt schon schlechte Laune. Aber dann entdeckt sie eine Muschel in ihrer Tasche. Die sieht genauso aus wie eine Muschel, die sie gestern Nacht auf der Insel gefunden hat. Sie erkennt, dass die Möwe ihr tatsächlich einen Besuch abgestattet hat und sich immer an ihre Abenteuer erinnern wird. Bea ist glücklich und zufrieden, denn sie weiß, wie sie nun immer wieder zu ihren Abenteuern zurückkehren kann. Solange sie an die Möwe und die Insel denkt nämlich. Außerdem weiß Bea auch, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen 18 Uhr ab ins Bett.net Gute Nacht. Musik YouTubers iz Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020